So, nächste Mission. Ja, das ist wunderbar. Ich habe übrigens keinen Speicherplatz mehr auf dem Rechner. Oh, ein Schrottgewehr. Ich mag den Schocker, aber darum bleibe ich, glaube ich, dabei. Waffen deaktiviert? Ich kann ihn bestimmt auch abschießen, oder? Oh, okay. Okay, jetzt muss ich meine instabile Fracht. Und da ist unser Held und sammelt die Teile auf. Denken Sie dran, wir geben einen explosiven Mix. Wollen Sie die wirklich mit sich herumtragen? Nee, aber ihr lasst mir ja keine andere Wahl. Ja. Schieb. 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 Plus. Habe ich erwähnt, dass dieses Spiel natürlich trotz aller Dummheit irgendwie eine gewisse Faszination in sich birgt. Ich bin ja relativ froh, dass dieses Maschinengewehr nicht überhetzt, wie das normale Maschinengewehre immer mal wieder gut. Was jetzt? Uff! Das hat wehgetan. Jo, wie man sagte. Das biochemische Waffenwaffe. Und da ist unser Held und sammelt die Teile auf. Denk diesen dran, wir geben einen explosiven Mechs. Wollen Sie die wirklich mit sich herumtragen? Nein, aber die lässt mir keine andere Worten. Kommt euch bekannt vor? Ja. Oh. 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 Beleid. Schocker. Beleid. Beleid. Schocker. ', Schocker.'s Schocker. 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 Schocker's mitt- Okay, also mit Joystick nach hinten, mit Joystick nach hinten kann man im Übrigen nach hinten gucken, dann sieht man noch den Zug an. Okay, da bringt dein Mordstick nach hinten nix. Was zum? Oh fuck! Hände? Immer so? Okay, dann docke ich mal an. Aua! Wahrscheinlich muss ich jetzt wieder rumballern. Ja, verteidigen sie den Waffentruck gegen feindliche Angriffe. Mhm, wie schön. Okay. Die Kiele kann man nicht sehen. Untertitelung des ZDF, 2020 Alles mögliche in der Umgebung zu zerstören, scheint eine gute Taktik zu sein. Sofern ich mich nicht selbst damit zerstöre. Verdammt. Na, liegen gelernt, jetzt kommt doch bestimmt wieder der Heli. Heli... Ah! Ah! Denkst du mehr zu dir, das ist, ne? Mal Lass Occasion. Komm schon, komm schon. Oh, jetzt geht es weiter. Schade. Deswegen explodiert die Moment in 4 Minuten 46. Oder ist das die Missionszeit? Kann man da unten eigentlich auch irgendwas? Nein. Okay. Schade. Au. Sven. Große Kessel und mich jetzt aus dem Stab machen. Oder was? Ach, das war es. Schade. Mittlerweile hat leider die Kamera da oben den Gas aufgegeben. Darum seid ihr nicht mehr in den Genuss meines hübschen Gesichts gekommen. Darum kann ich es auch einfach so schnell beenden. Bis zum nächsten Mal.